Hallo liebe Freunde auf myQTube. Ihr habt ja nun gesehen, wie unser Bullenkalb, nennen wir ihn mal Hans, nein er ist ja noch klein, sagen wir lieber Hänschen, das Nuckeln bei der Mutter gelernt hat. Und jetzt bringt unser Lehrling Marvin dieses Kalb in die Kälberbox, noch am selben Tag. Und das könnt ihr jetzt beobachten. So unser Marvin hat jetzt das Kalb hier geholt, hier zur Kälberbox und jetzt kommt es in die schöne frisch eingestreute Box. So und Marvin unser Lehrling, er weiß natürlich was sich gehört, was zur Erstversorgung dazugehört. Nämlich der Nabel muss eingesprüht werden und desinfiziert werden. Und das wird jetzt gleich vorgenommen mit einer Sprühflasche. Nicht so richtig zu erkennen, aber vielleicht zu erahnen, um Nabelinfektionen vorzubeugen. Nachdem die Mutter gemolken wurde, wenden wir uns jetzt wieder unserem kleinen Bullen zu. Wir haben 5 Liter gemolken und diese in einen Tränkeimer gefüllt mit einer Skala. Wo wir ablesen können, wie viel Milch sich in dem Eimer befindet. Jetzt geht es so ähnlich weiter wie vorhin bei der Mutter. Hier seht ihr schon mal den Nuckel. Und das Kalb muss jetzt den Weg zum Nuckel finden. Mit meinem Finger. Im Maul hat das Kalb das Gefühl, das sei die Zitze. Und fängt schon mal so ein bisschen an zu nuckeln. Und nun haben wir den Nuckel schon mal vor dem Maul. Und wenn ihr genau hört, hört ihr es schmatzen. Und das sind die ersten Züge aus dem Nuckeleimer. Aber jetzt muss ich erstmal dran gewöhnen. Probieren. Die süße Milch. Anscheinend gefällt ihm mein Daumen besser. Schmeckt das etwa auch? Werfen wir nochmal einen Blick in den Eimer. Ihr seht, die Biestmilch ist etwas gelber. Nicht ganz so weiß wie die normale Muttermilch. Aus dem Grunde werden fünf bis sieben Tage nach dem Kalben die Kühe immer separat gemolken und die Milch separat erfasst und den Kälbern verabreicht. Erst dann kommt sie in den Verzehr. So, es ist jetzt der siebte oder achte oder zehnte Versuch. Und jetzt klappt es. Und jetzt legt der so richtig los. Jetzt legt der sich richtig ins Zeug. Und das habe ich euch ja vorhin schon erzählt. Es ist ganz wichtig, dass das Kalb in den ersten Lebensstunden möglichst viel Milch zu sich nimmt. Und so haben wir jetzt auch durch den Eimer eine Kontrolle darüber. Wie viel das Kalb wirklich am ersten Tage zu sich nimmt. Das werden wir auch weiterhin gemeinsam beobachten. Jetzt hat es wieder den Nuckel verloren. Und um den Lernprozess zu beschleunigen, führe ich nochmal hin. Und jetzt geht es weiter. Jetzt bin ich ganz optimistisch. Das Kalb wird auch alleine jetzt die nächsten Male den Weg zur Milch finden.